Das war eigentlich irgendetwas aggressiv, was soll ich sagen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Oh! 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 Okay, das funktioniert. Oh, okay. Er war's gewesen. Ich hoffe, dass ich hier schon mal wieder verstanden habe. Da sind noch, oder? Welche Muni ist das? Andere Waffen. Okay, das wisst ihr. Kann ich hier ran? Okay, sehr gut. Kann ich da? Gibt's da Ratter? Gibt's hier ran? Ja, okay, geht's raus. Das ist wohl hier. Gibt's Muni oder irgendwas? Schauen wir nicht. Nee, okay. Ja, das war dir. Sagen, das war ich schlecht. Hallo. Ja. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe, was ich halt gemacht habe. Was haben wir noch nie, oder? Dann bin ich wieder voll. Alter. Macht mir schon das da rin. Ganz ruhig. Hey, da habt ihr die ganze Zeit hergesehen, okay. Au. Ernsthaft? Weiß nicht, wo ich da gerade hingehe und ob das heutzutage ist oder nicht. Ich werde wieder was. Aber ist mir auch irgendwie wurscht. Hauptsache, ich bekomme das Ding. So, bin ich ganz alleine? Scheinbar. So, seguinte pharmaceuticals alles, wenn man das sitzt, werden das Weiß nicht Foundation machen Achバitte. So, ich bin Asian. fuck-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up. Das generates aus. Entschuldigung? Ja, wo sind sie? So langsam wird's eng hier! Was war? Tja! Okay. 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 Okay, I'm faster than I put it in. Last night. Okay. Oops. Okay. Let's go. That's the way up. I'm sorry. Halt an den her. Ich weiß nicht. War die nicht von Segen an den? Der letzte fremde Unterdrücker, der letzte Törichter Möchtegern Eroberer aus unserer reinen Welt vertrieben wurde. Okay. Was steht hast denn? Da waren wir gerade unten. Okay. Ich probiere irgendwas. Passt. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich habe ja alles, dann gehe ich mal hier die Latte runter. Dann habe ich jetzt auch, das ist auch nicht. Ja. So. Hallo. Oh, ist er so neffig? Oh, ist er gar nicht, dass ich alleine bin hier, die ganze Zeit. Achso. Okay, und jetzt. Walfa, hallo, und dann geht's. Hey, Sir, hier drüben. Hallo. Oder aber auf Zeit. Als wir kam, waren die Überlebenden schon tot. Die X haben nur auf uns gewartet. Wir kriegen Besuch. Also begrüß die Artig. Okay. Und wo? Oh. 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 Oh, oh. Oh. Oh, oh. kann man denn hier nicht aufbrechen ok nevermind das ist gut schon ich habe meinen kollegen abkollert warum blickst du da um den volledion dachte schon das wäre es gewesen jetzt ich bin getroffen hast du nicht schon gekommen denn packern holz usa alter ich werde nicht verblute nicht mehr wenn keine glück mehr da sind ich bin jetzt nicht mehr Scheiße! Scheiße! Zurückfallen! Zurück! Baut ich wieder Lädchen, wir haben vorher nicht rüber ran. Scheiße! Sie kommen voll auf! Ach, von mir aus. Wo ist denn sie zu sehen? Ja! Sie kommen jetzt vor mir fallen! Hallo? Scheiße! Sie kommen voll auf! Wo ist denn sie zu sehen? Wo ist denn sie zu sehen? Wo muss ich sein? Ich habe den, oder was? Ja, der ist vielleicht. Die machten euch das ein Problem mit ihr dann. Na so. Okay, leider habt noch was. Kein Bock mehr. Äh, ja. Ah, son echt genaueresen. Da war ich einfach mal ein Bakanat. Schau, Kau, Kau! Heger! War der främmere, der främmere? Oh, der gas-taft. Du bist meine Brümmel! Wir leben weg. Wir sind nach. Zora! Dürfen wir schon weiter? Yes. Ah. Sicher? Let's go. Wir schaffen das schon mal. Ich komme hier nicht an. Oh Scheiße! Wahrscheinlich würden sie aus dem Platz ziehen. Sie haben sich ja ganz schön Zeit gelassen. Wo waren Sie? Beim Mittagessen? Ja, meine Mama hat mir ein schönes Schinken-Sandwich mitgegeben. Sehr lecker. Nächstes Mal soll sie mir auch was einpacken, bevor ich aus dem Haus gehe. Na dann. Hallo! Hallo! Okay. Ja! Auf die Köpfe! Mhm. Hm. Ja. Easy. Ja. 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 Wir sind noch nicht über den Berg. Verteidigen Sie diese Position! Mann hat recht. Alle Mann aufpassen. Oh, Knappe. Oh, falls Sie nervös werden! Wow, scheiße! Oh, ich weiß! Ich denke, wir haben die Reise hier oben! Stopp! 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 Bin ich. Keine Ahnung, warum ich weiter runtergehe. Stopp! 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 Hopp! Da kommt die Pfeifen. Die Pfeifen. Sie auf, Netgo. Auf Position. Bewege. Ah, ich bin nicht vorhin. Der Weg noch nicht vorbei. Mehr nach vorne. Sie kommen, Netgo. Es gibt ein Achtung, wir nehmen alle weg! Nicht so und so! Das sind aber viele, ne? Ich glaube, er versteht mich noch. Ich hätte gesagt, keine Ahnung bei dem ganzen Gewalt eigentlich. Ganz schön mal. Jetzt ist der wieder ein Marsch weiter. Ich hätte mal denken können, dass der wieder verrückt. Das ist nicht schon wieder. Guck, wir haben keinen Bacher, ja? Bist du das? Na? So, ich kann doch echt weit zu den Bart machen. Ja, Schöcher! Na gut. Ja, das kann ich ja nichts machen. Ja, das kann ich ja nichts machen. Na gut. Okay! Alles klar! Bereich sicher! Oh ja! Die Nachricht ist angekommen! Oh Mist! Hinter uns! Die Gottel! Da hinten! Achtung! Geh los! Bewegung! Mhm. Ah! Ah! Hier! Ah! Oh Gott! Ah! Ah! Oh! 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 Ich glaube, ich habe vielleicht einen kleinen Fehler gemacht, oder? Okay. Was ist so schwerer? Wir haben heute Abend alle Räuser! Sie wollen mich verraten! Na klar... Hahaha. Vielleicht haben wir ihn nachaut! Ich habe ihn nachaut, oder? Das ist ein Fisch! Ich bin der Wiedersche! Ich bin der Wiedersche! Ich bin der Wiedersche! Ich bin der Wiedersche! Okay, sind die andere überhaupt, äh? Ah, so, der hat schon das geschützt, okay. Was? Und da fährt er jetzt überhaupt, ist er schon weg? Na, okay. Yes. Na. Endlich. Endlich. Wow. Na los, nicht einschlafen! Bewegung! Das mit dem Bogenturm war gute Arbeit. Ich habe das Schrapnellstück an Evelyn Burton geschickt. Vielleicht kann sie uns sagen, wie diese Dinger funktionieren. Jetzt müssen wir erstmal diesen Konvoi zu den Brücken im Salamunbezirk bringen. Sichern Sie eine Route zum Palast. Sie beide kümmern sich um die Flanke. Wir übernehmen die Führung. Der Arschkriechreiz hält sich wohl aus, was, Gaza? Keiner hat was von Pause gesagt! Los, los! 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 Flanke. Was ist denn das alles für Kabel da? Was ist denn das für Kabel da? Was ist denn das für Kabel da? Ah! Ah! Zubeziehen! Lass doch! Ah! Ah! Chef, der Convoi ist unterwegs zur Nordbrücke. Armeisen Sie sich nach oben, dann finden wir Sie. Der ASA kommt, um ihre Route auszukundschaften. Okay. Easy. So. Ein paar Meter Dinger an oder so? Kann ich eben wieder Licht machen oder so? Zwei unserer Kameraden wurden von Radek ingeregtet. Wirklich? Weshalb? Wirklich? Wirklich? Kein Scherz. Hm. Okay. Wirklich? 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 Okay. Okay. Ja, das war gar nicht so schlecht. Und das hier. Okay. Okay. 150 Mal manuell nachgeladen, jetzt schon. Mh. Klingt nach mir. Klingt nach mir. Was hat er da unten gemacht überhaupt? Okay. Dann klettern wir da ein bisschen. Weil wir klettern müssen ja unten hier. Gaza wird Ihnen helfen. Achten Sie auf alleierte von vorne. Hey, Sam! Rico hat, 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 hat mich hergesch... Scheiße! Hör auf! Oh fast! Sandler was wiederями. ihinht? Teks nicht Jacob. So! Ja! 土zer! Ganz ruhig, Foley. Schön, da wollte ich da eigentlich nicht hinballen, aber da dahin gehst, das ist ein Mann. Hallo? Ah! Ja, nice. Das ist ein Schönerf, ey. Nein, gleich. oder kann guter Ziele wenn das mal so sagen kann ja hey Sam nicht rumträdeln ok würde niemals keine andere Wache nehmen Flammenwerbfahrer ok wenn du mannst wie lange soll ich denn hier oben aufmachen ok ok was war da doch nicht alles auch kommen wir aus ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht ja ich hoffe mal der Konvoi wartet auf uns Ach, der Schaus, äh. Ja, das ist Christa. Oh, ja, nachdem, was das für ein Monat ist, ja? Achtung, wir werden von Mörsern beschossen. Finden und ausschalten. Scheint aus dieser Richtung zu kommen. Stammt, der Konvoi wird beschossen, schnell! So, und jetzt war's, okay. Alles klar, haltet die Augen offen. Okay, wir sind drin. Ja, ich hasse das, Scheiße. Da kann man eigentlich nichts machen, wenn man gerade angerufen wird beim Handy. Das ist sowieso meine Frage. Das war's, da kann man nicht. Ja, das war's, ich schreibe. Äh, ganz kurze Sekunde. Ganz kurze Sekunde. Nein, ich will nicht lassen, ich will einen Screenshot machen. Ja, gehen wir weg. Ja, ich will einen Screenshot machen. Ja, stimmt. Okay, sorry, 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 sorry. Oh, danke. War vielleicht nicht so schlaßt, ne? Echt, habe ich. Okay, wir haben ganz sicherheit. Really? Hallo? Noch jemand da? Scheiße, aber warum? Betana, erledigen wir sie. Oh.